Hallo und willkommen meine Lieben. Heute zum montäglichen Community-Vlog bzw. Blog. Okay, fangen wir an. Als allererstes natürlich wieder die Kommentare der letzten Videos. Und ja, es waren wieder einige schöne dabei. Hat mich sehr gefreut. Und ja, ich würde sagen, ich zeige euch jetzt mal, womit es am Freitag weitergeht. Und zwar ist das hier das Fenster. Das zeige ich euch gleich. Als allererstes zeige ich euch hier unten erstmal, wo ich gerade dran bin. Wer es jetzt Instagram mich verfolgt, hat es schon gesehen, dass ich da angefangen habe. Und natürlich ein bisschen Deko. Gut, aber die Deko ist erstmal noch uninteressant hier. Okay, zeige ich euch erstmal, was hier gerade abgeht. Also hier plane ich ja einen Unterschrank. Das wären meine Türen. So ungefähr. Müsst ihr euch das vorstellen. Dazu wird es auf jeden Fall ein Video geben. Und wir kommen jetzt zum Fenster. Und da habe ich heute mal was ganz Besonderes vor. Ich brauche mein Mikrofon jetzt immer so. Und zwar kennt ihr hier alle die ASMR-Videos. Na? Und das stellen wir heute mal nach. Mal gucken. So, und dazu müsst ihr Community ganz leise sein. Und jetzt ganz leise. Jetzt ziehen wir die Folie mal runter. Ist das nicht perfekt. Okay. Okay, hören wir mit dem Scheiß auf. Also. Einfach die Folie runter. Sonst senke ich erstmal das Mikrofon nochmal ran. Also wie gesagt, Folie runter. Perfekt. Gefällt mir richtig. Oder was habt ihr dazu? Sieht herrlich aus. Besser geht es nicht. Das war es mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, lasst uns den Daumen da. Schreibt auf jeden Fall in die Comments. Und wer mag natürlich ein Abo. Willst ihr nichts mehr verpassen auf dem Kanal? Haut uns einfach eine auf die Glocke. Damit es richtig BING macht. Und für den YouTube-Algorithmus, was meinen Kanal dann unterstützt, liken, teilen, kommentieren. Sagen wir es immer wieder. Freut mich, dass die Community nach wie vor wächst. Und ich bin zuversichtlich, dass auch in nächster Zeit die Community schön weiter wachsen wird. Okay, dann sage ich jetzt noch Tschüss. Erstmal auf dem Kanal und temperaturen hier sehen.